hallo leute damit herzlich willkommen zu einem weiteren video auch vom kanal und ja ich möchte einmal nur mal ganz kurz was ankündigen und zwar möchte ich in den nächsten tagen beziehungsweise morgen von euch aus gesehen kommt noch ein abonnentenbase review und den tag darauf also am donnerstag ja am donnerstag möchte ich gerne eine ein q&a machen dabei könnt ihr mir gerne fragen auf twitter stellen oder in den kommentaren weil das wurde jetzt schon öfter mal gefragt ich habe das ja auch in dem gestrigen video mal eben kurz als ja wie nennt sich das nun mal so eröffnungsnachricht wenn man das video hochlegt denkt mal wenn ihr selbst irgendwie youtube videos hoch hat und wisst ihr was ich meine und ja ihr könnt mir gerne hier in die kommentare ein paar fragen stellen die werde ich dann beantworten mal sehen ob ich das mit facecam mache oder nicht aber mach schon das werdet ihr dann ja alles sehen tut mir leid dass ich jetzt leider nichts anderes mehr vorbereiten konnte aber ich bin momentan noch am mathe lernen vielleicht wissen dass die ein oder anderen von instagram falls sie mich dann noch nicht gefunden habt bzw falls ihr mich dann noch nicht abonniert habt könnt das natürlich gerne machen link dazu ist in der video beschreibung bzw der name dazu ansonsten nochmal hier für euch die zuvor sind in die beschreibung zu gucken das einmal der name real clash games können wir natürlich gerne folgen da poste ich ab und zu auch mal ein paar bildchen und ja wie gesagt tut mir leid dass euch nicht so ein ganz langes video kommt bin wie gesagt gerade noch am lernen und ja kommen wir noch mal ganz kurz hier den angriff zu ende an habe hier schön sieben pokale auf einen relativ guten rathaus 10er geholt und ja ganz so mit go wipe und was ich euch noch mal gleich kurz zeigen kann wir haben gerade den klamour gegner gefunden wir sind jetzt gerade alle beziehungsweise die meisten wer mit dem pokal runter gegangen ich bin momentan bei 3600 in etwa da fehlt noch ein pokal das dann auch wieder mein rekord ich bin jetzt gerade wie gesagt war 3599 wie gesagt ein pokal fehlt noch und ja klamour gegner haben jetzt auch schon gefunden wurde bis gerade eben gesucht mein gegenüber ich denke mal den welche ganz normal mit go wipe angreifen müsste eigentlich relativ easy sein ich denke mal hier ein golem dann hier ein golem und da und dann halt ein paar magier mitnehmen ich denke mal ein golem lasse ich mir die klamour rein schicken also ganz normal meine angestrategie die ich jetzt auch immer benutze und da müsste es eigentlich laufen also von der seite ja queen gehe ich eigentlich meistens rein und dann ich gehe davon aus dass ich ein zwei star eigentlich schaffen müsste aber das wird ja noch mal im nächsten video sehen ich würde sagen da bin ich das video auch mal ich hoffe ihr habt noch einen schönen tag ansonsten wie gesagt folgt mir mal auf instagram und twitter da kündige ich auch mal ein paar sachen an und ich denke mal ich werde auch noch mal einen kleinen hashtag bei twitter reinhauen wo ihr mir auch noch mal fragen stellen könnt und ja ich würde sagen das war's mit dem video wie gesagt hat noch einen schönen tag und dann hoffe ich auf viele kommentare bis dahin haut rein und ciao